Und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rocket League, mit dabei DaluKat, Krabs, Dardosch, GoodGamingNils und der Sachse. Ich dachte wir sollten auf die Teams aufpassen, jetzt habe ich Dardosch. Ander, Mann, da war ich so gut, Matt. Du wolltest faire Teams, ja? Und jetzt muss ich mit dir spielen. Wenn ich mit dem Team gut mit dir funkiere, dann sollte es doch hier an dem eigenen Team auch gut klappen, oder? Oder meinst du nicht? Was? Du warst auf jeden Fall gerade an den meisten Toren beteiligt. Ich mache den Helikopter gerade. Dardosch, der Ball muss da raus. Hallo. Schrei mir nichts nur an, Junge. Falsche Richtung. Du musst ihn mal in Richtung Rot spielen. Siehst du diese großen, eckigen Teile, wenn du das Spiel fällst? Das ist ein Tor. Komisch? Ah, ich hasse das. Und der Sachse frisst einfach nur Boost, wie Pac-Man, Alter. Der hat noch nie Turbo benutzt, der frisst nur diese gelben Kugeln. Und aufgelegt. Ich befürchte auch, dass der Sachse so eine Strichliste hat und immer abhakt, wenn er am meisten killt. Ich kriege den Turbo, ey. Vielleicht hat der ja das ZTT, aber auch eine Strichlist. Ja, ja, genau, richtig. Oh, jetzt macht er auch noch Fuck-Send. Oh, was war das? Oh, da war ein bisschen Homo gerade. Nein. Ah, fuck, ey. Trotzdem vom Fuß geluft. Nils. Horrel! Link mit mir nicht gerammt, hätte ich Nils weggehauen. Oh, der kommt. Ganz. Oh, Alter, der bleibt. Steht halt einfach da. Vorbeigeschossen. Ja, okay. Dann geht er wieder raus. Alter, dritter. Auch mal gegen. Endschuld. Oder fahren Kreis. Aber gute Vorlage. Das war so ein schöner Pass. Okay, aber für Dardus reiht noch ein bisschen zu hoch. Klick mit Doppelpass. Okay. Nix gibt's. Alter, sagst du. Ja. Du fährst einfach nur im Kreis. Ich war nicht im Kreis. Ich war den scheiß Ball. Dann hat er auch gut getroffen. Alter. Hier gab es immer eine rechte Neustaste. Eine Maustaste? Ja, ich spür mir das doch durch. Dritte Mal. Ja, ich wurde schon wieder gefoult. Achso. Ja, es gibt fünf Punkte. Jetzt müsst ihr auch, wie man fünf Punkte bekommt. Das ist das Dard. Deswegen N macht seine Punktzahl N auf fünf. Gut, Dard. Geh wir da? Ich mach's. Eie. Ich geh ran. Und wer war's? Ich geh ran. Hallo? Was war's? Ja, so. Ich hab ja auch gefragt, ist Trance hinter dir? Ich hab auch gesagt, und wer war's? Gut, ich wirf gar nichts dran. Er trifft ihn noch mal. Ey, mach nicht mal ein Lack, dass ich da mal ein zurecht. Das war schön, ehrlich gesagt. Sehr, war echt schön. Boah, der hält er fast noch reingemacht. Ja, aber doch fast. Das ist ja alles beschissen. Nix. Achtung, sind beide hier. Sachsen zerstört immer die Gegner. Ja, der ist noch mal gut. Ja, der ist noch mal gut. Ja, der ist noch mal gut. Fahra! Den hätte ich nicht mehr bekommen. Jetzt, Krebs! Der war gefailt. Let's go! So, wieder. Ja! Da muss der Torwart, der war Torwart. Nee, in die falsche Richtung gespielt. Kommt der Torwart raus. Ja, alles ist nie wieder so klar. Das hat aber so auf der Stelle in Salto gedreht. Genau, das war's. Nils, 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 Nils. Nee, nee, nee. Du bist ja so auf der Stelle in Salto gedreht. Wow, es war das. Du bist ja so auf der Stelle. 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 Was war das? Nein, ich hatte so viel Schwung drauf, dann hätte ich geklopft. Weg da! Nein, scheiße. Ja gut. Yes! Ich bin jetzt schon mal mit Schmackes geschossen. Warte schon die zweite Runde oder die erste? Nee, die erste. Die erste. Schön gespielt euch, schön gespielt. Ich glaube ich habe Dardosch, oder? Ja, Dardosch. Was hat denn das heißen? Oh, ich stand übrigens. Hätte ich hinten stehen lassen? Ja. Seite fährt immer. Okay Nils, Turniertaktik. Ja, ich war halt nicht Seite. Okay. Du hinten. Ich war so schräg hinten. Nope. Oh, das ist der Sachse wieder im Gegner-Team. Wir haben. Ja. 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 Ja, das ist da, der. Also warte, warte. Es ist Gaming. Sagste, Linkwind. Alle fliegen vorbei. Nur damit wir Dardosch da den Trick. Ich habe den durchgelassen. Da hat er erst mal auf die Seite gelegen. Oh was, er kriegt die noch einen. Oh was. Er hat ihn auch noch Kassel vor der Nase weggeschnappt. Der hätte halt in alle Ecken schießen können, dann hat er leider falsch prediktet. Du musst so denken wie ein Krabs. Balletro. Der Balletro. Balletro. Balltreffen. Oh Gott. Die sind immer so undankbar. Was denn? Was ist hier denn? Nix gibt's, Sackze. Ah, schön geht's. Oh, fast, 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 schade. Ich stehe. Der muss hoch in die Mitte. Keine Chance bei den beiden da. Ich wollte ihn nochmal ablupfen, dass du ihn in die Mitte kriegst, aber hat nicht funktioniert. Oh nein. Oh nein. Nicht gut. Das sind alle im Tor. Das ist ja noch nicht. Was feiern die denn? Quanzer und du? Nein. Ich hau ihn nochmal in die Mitte. Sackze lass. Ja. Du hast ja wobei. Oh, halt das wieder. Dadurch, dass er ein schöner Stein passt für dich. Ja, was soll ich denn damit machen? Boah. Boah. Die Mitte! Schöner Schuss. Sachs auf dem Dach weitergetragen. Kommt noch mal, kommt noch mal. Kommt, 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 kommt. Der geht zu früh runter. Wurde ihn echt nur ganz... Shit! Einschneiden. Ey Nils! Buhuhuhu! 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 Ich sagte Buhuhuhu! Nein! Was macht der denn? Boah, der fliegt immer wieder gegen die Wand. Und eben mal wieder zurück. Nein! Oh nein! Ah! Ich hab doch nur Krampfer versucht hier vorzulegen. Jeden, der hat das eigentliche Controller weggebrochen. Nils, alles gut? Da, da hätt ich ihn gekriegt. Nils hat keinen Controller mehr los, Leute. Ich hab immer einen Controller. Ach, fuck, sorry. Hinterweg so ein Mehrfach-Bucks-8 angeschlossen. Boah, da ist wieder der Sachse. Ab jetzt, ja. Hab ich... Hab ich nicht in der Luft zerstört, sag mal? Ich hab keine Ahnung. Ich hab einfach nur dumm gemacht. Drei... Komm raus aus dem Kasten. Tschüss! Jawoll! Bei so einem Tor bin ich im Turnier da hochgefahren, ey. Bei so einem Ding. Und dann... Plopp! Puh... Setzt du irgendeinen Krups? Ja. Oh. Nimmt man den auch nicht, oder was? Doch, einer kriegt den Booster aber leider nur. Wo sind die anderen aus meinem Team? Wo sind alle da? Oh. Fahr hin, Darusch. Ich hatte da schon hingekriegt. Ja. Ich hatte keinen... Nein! Ich hab ihn nochmal... geschlagen. Ich find das so schön. Meiner. Wie, ja? Oh! Liquid? War... Ich hab gedacht, du hättest den. Achso, ich hab hinter mir Turbo gehört, das war der Sachse. Der wollte mich nur rammen. War gelogen. Was ist hier noch? Babuschkaill! Schreihard boy! Ach, fuck, ey! Der geht rein! Gar nix geht der! Nooo! Schön. Schön, das safe. Was sagst du, Alter? Der geht rein! Der geht rein! Der geht rein! Nix! Nix! Oh ja, danke! Alles klar! Boah, der... Der kommt noch! Halt ihn wieder los! Der Boden ist Lava! Nooo! War wieder schön gewesen! Und ja, schaut bei den anderen vorbei und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, Leute! Tschau! 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 grieving